Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde, schnell Spitzakerniert neben Lucky Race und zwar auf der Map Toys und mit Marco. Hallo. So, haben wir alles jetzt ganz schnell gesagt, ich habe das jetzt so kacke bekommen. Ich auch, ich habe nur Sticks und App. Ja, wir haben gerade, oh mein Gott, ich bin gerade eben ein Rekord hier für uns beide gemacht, also ein Duo-Rekord für uns. Ich weiß nicht, ob ich schon mal mehr gemacht habe, aber das ist jetzt so, in letzter Zeit spiele ich mit Marco das öfters, also seit gestern. In letzter Zeit. Ja, wir haben, keine Ahnung, locker schon wieder so fünf Stunden oder so gespielt, insgesamt, seit gestern, in diesem Modus, also nur dem Modus. Und ja, wir haben gerade eben einfach eine geile Runde gemacht, die habe ich leider nicht aufgenommen, weil, ne, ihr wisst Bescheid. Shadowplay bei mir funktioniert gerade nicht, also konnte ich jetzt auch nicht klippen. Wir haben 21 Kills gemacht, davon habe ich 10 gemacht und Marco 11. Und wir haben auch echt witzige Momente gehabt, wie einer so einfach sich, also ich habe gedacht, da ist einfach jemand, der jetzt gerade, der brennt oder so. Ich drehe mich um und ja, da steht einfach einer im Wasserfall und bringt sich um. Da haben die Leute sogar schon wortwörtlich Angst, um sich einfach umzubringen. Oder Leute, die sich einfach mit einem Alex, also nichts gegen Alex jetzt wirklich. Nö, nö, nö. Die dann dann wirklich hinter einer Steinwand, wo man überhaupt nicht die Arme sieht von denen. Das ist mega witzig. Ich habe eine Diabrus und Diaschur, sie hat auch ein Emerald-Schwert. Okay. Also ein Sharp 3. Also die Leute, die es noch nicht wussten, man kann sich mit Emeralds hier in-game Dachen veröffnen. Das wussten wir selber nicht. Also ich dachte, es wäre halt einfach ein Mythos oder so, aber es funktioniert einfach. Nein, da war ein Buch. Dornen, wow. Ja, in manchen Mod-Packs. Ja, in Mod-Packs, aber das ist ja kein Mod-Pack hier. Wir spielen ja ganz normalen Vanillas-Server hier. Oh nein, 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 bitte nicht ein Zombie, wenn ich gerade auf der Leiter... Weißt du, ich stehe da auf dieser Leiter und über mir ist halt der Block. So, jetzt bist du da an derselben Stelle. So. Gleichberechtigung für alle. Ähm... Schreibt mir bitte euer Kill-Rekord. Das interessiert mich. Also wirklich realer, nicht irgendwie nur was ausdenken oder so. Der Kill-Rekord für euch interessiert, wie hoch man das schon mal geschafft hat. Also ich habe eben schon zu Marco gesagt, mein Kill-Rekord in Solo war früher, als der Modus noch fünf Leben hatte. Jetzt hat er ja jeder drei. Da war mein Kill-Rekord wunderbare 27 Kills. Ja, ich liebe die Map halt. Ich habe eine Diabrus bekommen. Ja, ich habe eine Diabrus bekommen. Endlich mal. Ich hätte nur falls auch noch eine finden. Und ihr schwebt Chef 1. Aber ich habe Emerald, also Chef 2 ist safe dran. Ich habe zwei extra Herz. Okay, ich nicht. Ich habe gerade sogar ein Herz weniger, weil ich halt gerade bekommen habe. Nicht mal warte auf dich, okay? Ja, ja. Weil Leute, ihr müsst wissen, Michelle geht immer ins Ziel, wenn sie das erste da ist und warte. Gar nicht. Ich bin nie als erstes im Ziel, sondern eher du. Ich bin jetzt auf der Rücke, auf der Rutsche. Warum sag ich mal auf der Brücke? Ich habe keine Ahnung. Okay. Das ist eigentlich eine Rutsche. Ich weiß, ich sage immer Brücke. Ich weiß auch nicht warum. Weil es sieht halt auch diese Riesen... Warum gehst du rein? Weil du sagtest, du bist auf der Brücke. Ja, das heißt aber nicht, dass ich oben bin. Soll ich den Emerald-Schwert machen? Ich kann mir selbst einen machen. Ich habe wirklich so an die 30 Emeralds. Bro, wirklich? Ja, ich habe... Was habe ich bekommen als Item? Ich habe eine Brust... Illuminati Tank. Was sind Illuminati Tank? Wahrscheinlich ist das Trank damit. Ich meine, ich tränke alle. Hä? Ah, ein Trank, nicht Tränke. Ja, geil, ich bin doch gar nicht equipped. Ich bin doch gar nicht equipped. Marco! Marco, warte, warte, warte. Kann ich mir auch Rüstung craften? Ja. Schubs und Dornen, alles klar? Okay. Äh, ich mache mir ein Schwert. Ähm... Paar Teams. Paar Deutsch Team, auf jeden Fall. Okay. Ich habe keine... Ich habe noch Emeralds, okay. Mach mir noch. Da kommt einer auf mich zugelaufen. Was willst du? Ich habe noch nicht mal mein Schwert ausgepackt. Hab ihn. Ich brauche noch Schuhe. Okay, die Runde wird auf jeden Fall keine Highkill-Runde, weil ich am Anfang einfach nur noch... Kann ich noch nicht beschweren? Ja, ich muss halt noch ein bisschen mich equippen hier. So. Okay, ich bin... Ist das mein Schwert? Okay. So, lassen wir auch mal ein bisschen Kills über, ne? Ja, ich höre ihn. Die Leute, die sich immer selbst anzünden müssen. Ist nicht schlimm. Mann! Okay, okay. Och, Mann. Ich habe den Moment verkackt. Ich würde erst mal abstauern. Ganz viele Leute, das liebe ich ja. Komm her, komm her. Ja. Wie sie alle abstauern. Ja! Mann! Ach, komm, wir gönnen uns mal den Trank hier. Was bringt der mit uns? Hm, extra Herzen und Regeneration. Perfekt. Ich bin jetzt meiner. Bleibt hier. Oh, Goldäppel. Hm, moin. Ich hab grad 16 Hertz. Was machst du denn hier? Oh Gott, der war One-Hit. Oh mein Gott, der Arme. Oh mein Gott, der Arme. Ich hau in so 37 Hits rein, ne? Wer staubt ab? Dein Vater. Ähm. Rückstoß-Zweibu. Ja, moin. Aber das nehme ich nicht, weil Rückstoß ist halt... Ich brenne. Ach. Der ist gar nicht hier, wo wir sind, aber gut. Es leben nicht mal viele. Also es lebt auf jeden Fall wirklich gar nichts. Ja, das ist so normal, wenn man aufhlebt natürlich, dann passiert wieder gar nichts. Ja, weil du so eine halbe Stunde noch ich bieten musst. Wahrscheinlich machen die ihren Job mal auf dem Baum, oder? Ich geh da mal in die andere Richtung. Der eine ist tot, der andere ist auf dem Baum drauf. Ähm. Kollege. Warte mal. Warte mal, Kollege. Warte. Mach mal's momentan, ich würde dir nicht voll. Dankeschön. Und da? Das ist nix. Ja, moin. Ich bin fast tot. Nur weil der Typ halt da oben steht. Wie hier? Ähm. Jaja, der hat mich mit Trinken abgeschmissen oder sonst. Mal her, mein Freund. Ja, komm mal her. Ja, komm mal hier. Komm mal hier. Komm mal hier. Ich hab mich langsam gemacht. Ah, wow. Wow, als ob. Mann, ich hab noch so viele Sachen gehabt. Wirklich, ich hab noch voll viele Trinken. Wie viele Kills hast du? Acht. Oh, das geht aber eigentlich dann. Lass du n. Oh mein Gott, ein Stie Map. Ich hab mich. Ja, wir sind auch. Ne, das bist du nicht. Okay, das ist ein anderer. Oh, Stie. Ich hab nur, warum ich auch nur ne Ultiminatenboden habe. Ich hab mal was anderes. So, mein Freund. Oh, wie viele Hunde hier sind. Guck dir das an. Das ist alles meine Hunde hier mit. Außer er hat auch ein paar. Aber hier sind einige Hunde. Okay, ich bin in der Mitte. Oh, da sind so viele Leute. Alter, wie bist du? Ich bin unten in der Mitte. Alter, die Hunde von mir. Ich hab neun Hunde oder so. Boah, die Tränke sind doof. Mag ich nicht. Ich werde mit Tränken vollgeballert. Boah, Leute, die Dorn haben. Oder wenn man auf dem Boden einfach zurück packt. Ich mag's. Ich bin gleich tot. Hilf mir. Hilf mir, Marco. Du stehst neben mir. Ach so, hi. Was geht? Zwei Herzen. Ja, ich kämpfe grad mit. Ich kann nix essen. Kann nix essen. Ich hab ein Herz. Ein halbes Herz. Marco. Ja, ich seh nichts. Ich hab Langsamkeit. Jetzt. Da. Ich bin abgestaubt. Ah. Halbes Herz. Ah. Mach die ganze Zeit nur Feuer. Ich hab ein halbes Herz die ganze Zeit. Ich hab grad halt Pause reingebracht. Du hast mich nicht getroffen. Ich hab Langsamkeit. Bin. Hab neue Serie. Vergiftet. Oh mein Gott. Ich hab wieder ein halbes Herz. Nein. 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 Ich hab ein Herz. Ich muss unbedingt den Kill eigentlich haben. Oh mein Gott. Das war kein guter Trank. Oder? Ach so. Doch, ich hab Regeneration. Aber durch den Apfel. Oh mein Gott. Kann ich bitte jetzt einen Stick haben? Äh, hier. Ich würde mich bei den Chat zwei machen. Machst du Chat zwei? Ne. gar kein schärfe ich habe die ganze halbes herz in die umrechte seiner hallo laufen wir nicht die ganze zeit hier so dumm weg jetzt mit dem goldschwert kommt explodieren explodieren was das ist ja wieder schärfeschwert zwei nebeneinander ich brauche halt ein bisschen los ok ich habe feuerresistenz brauche auch feuerresistenz hier hast du 1 oder 2 heute auch die gute brust hier wo ist die am schrank geschmissen da in den dreck okay ich habe so viele tränke unnormal wirklich ich habe auch mal ganz in der tasse voll mit tränke ich habe ja nur schadens tränke bekommen aus denen ich auch aber halt auch negative versprochen kommt das ist nur die leute sind die sind hier oben mit orange blau hat gewonnen und ich habe vergiftung links oh mein gott überlebt ich kämpfe mit der frau hier oben ja der eine ist tot ich habe noch einen trank sonst habe ich gar nichts mehr nur noch schrott zwei tränke noch hast du heute hier gibt ja perfekt so die kämpfe in der perlen welt gell oder so der rennt mann es gab mal es gibt ja halt wenn du diese bombe hast hast du halt endermans auch dabei hast aber ich glaube die droppen keine endermans da besteht die möglichkeit oder du kannst du halt nicht schmeißen oder so ich bin da schon da habe ich den anderen oder nee der typ hat den gold ich habe oh mein gott ich habe nein ich habe dieses schwindel ding bekommen ja oh mein gott ich hasse das ich kann das nicht selber sehen ich muss meine auge gerade halb zu machen ist das ekelhaft finde ich ich kenne das ich hab ab mein gott ist das widerlich ist es vorbei ok ist zwei leute ich weiß nicht wie viele leben haben die noch zwei und eins melonen hat zwei und andere hat ein alter das ist so ekelhaft kennt ihr das und das richtig widerlich ja ich habe ich habe ich erst mal ein gold okay die sind hier die sind hier bei dem ding wir sind da oben drin sind hier du meinst er ist hier hat er nur ein leben ja gut das ist mit den manchen übelkeiten insgesamt wie viel haben wir jetzt nein sex danke report ist da okay ich habe das geschrieben ja das waren die beiden letzten das war das team die meinen dass wir wieder hacken ich kenne es ja das ist halt ja wir sind das gut weißt du das ist wirklich so weit das ist einfach wirklich so die leute beleidigen immer wieder und ich kenne das halt egal egal wie lange ich nicht mehr kraft spiel oder wie aktiv ich meine spiele immer gibt es irgendeinen in der runde der dann meint man heck ich finde ich nehme es immer als kompliment weil dann heißt es ist einfach so krass gut dass ich dass sie schon mein dass ich hecke aber man sieht ja ich habe ja alles an ihr wollt ihr sehen die ich habe meine hexe hier keine ahnung wie das aussieht wie meine hexe hat keine ahnung noch nie hexe gehabt ja heute wenn es euch gefallen hat würden wir uns über eine positive bewertung freuen und ja schaut bei marco vorbei ist in der beschreibung und ja macht's gut bis dann und ich mache die hexe vielleicht aus wahrscheinlich